Die Börsenminute von Julia Kistner Ganz zu schweigen Arbeitskräfte werden zunehmend zum Asset Das sollte auch der Anleger bedenken Und die Beschäftigungssituation bei seinem investierten Titel im Auge behalten Ebenso wie die jährlichen Rankings Zum Beispiel von Great Place to Work Umso honorabler finde ich eigentlich Dass der Wirtschaftsnobelpreis dieses Jahr nicht wieder an Finanzmarkttheoretiker geht Sondern an die drei Arbeitsmarktforscher David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens Sie haben herausgefunden, dass ein höherer Mindestlohn Nicht zwingend mit einer höheren Arbeitslosigkeit einhergeht Wie man es etwa im deutschen Wahlkampf oft gehört hat In Deutschland sind 10 Millionen im erwerbsfähigen Alter Von der Mindestlohndebatte betroffen Frohes Schaffen wünscht Julia Kistner Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner Und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen Übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung Und daher nur die Aufmerksamkeit zu suchen Und dann wird das mit der Ausbruchung Und dann wird das mit der Ausbruchung Vertraue und der Ausbruchung Und dann wird das mit der Ausbruchung